Ein herzliches Willkommen und Hallo zu Heimatpart Uncharted, ich bin es, euer Demzimhafix. Da spawnt erstmal der erste dicke Gegner mit einem Pumpkan, der ganz schön nervt. Ja Leute, was ist so schön, dass es beim letzten Mal passiert? Wir sind immer noch hier auf der Suche nach, äh, herauszufinden, was hier genau geschehen ist, vor warum diese ganze Zivilisation hier umgegangen sind. Die Gegner spawnen unfair wie eh und je, schießen mich von der Seite ab. Und, äh, wenn nicht, wunderbar, warum wir ungefähr 10 Meter weiter sind als beim letzten Mal. Das liegt ganz einfach daran, dass die Gegner mit so Nerven, ah, die sind so grausam, man. So, ich kann nicht schießen, weil ich kein Leben habe. So, alter Leute, schaut mal an, schaut mal an, man. Hab dem ungefähr, ab dem, ein ganzes Salbe reingehauen in seine Brust. Im Brust ist das Herz, ich weiß, das kann, das ist nur bei wenigen Menschen so, aber bei, ne, beim doch, ne, gar nicht so wenigen. Und, aber egal, zumindestens, äh, wir, äh, leider hat ihr Garo das nicht aufgenommen und ungefähr, wir sind 5 Meter weiter. Das einzige, was passiert ist, da sind 1000 Gegner gekommen, die unfair waren und überpowert waren. Also, nichts weiter als sonst, äh, nichts, äh, nichts, was wir nicht sonst immer haben. Bitte, weg, alter Leute, ach, wir sind viel zu schwach einfach. Ich würde mir irgendwie, keine Ahnung, Charakter-Upgrade wünschen. Vielleicht spielen wir Elena, vielleicht ist die tougher. Und so lange müssen wir uns hier einfach mit Drake begnügen. Naja, zumindest mich nervt dieses Level, weil es so cool begonnen hat mit diesem Jet-Ski, aber definitiv gerade viel zu hart ist. Alter Leute, Drake stellt sich wieder, wieder geistet Depp an auf der Welt. Alter, geh doch in die Deckung! Oh! Leute, 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 Leute. Vielleicht schaffen wir es mal, wenn die Gegner aufhören, in Millionen zu spawnen. So. Bitte. Einen getroffen, genau einen. Das war ein Headshot, doch, der ist tot. Der ist tot, hoffe ich mal. Also, manchmal sterben die Gegner auch nicht durch Headshots, aber naja. So. Jetzt haben wir die bessere Position und trotzdem machen wir uns fertig. Weil es schon wieder so viele sind. Ach, Leute, Mann. So. Der Pumpkan-Typ wird natürlich überlebt, auch wenn die Granate nur für die, eigentlich wahr. Meine Deckung ist schon wieder halb kaputt. Oh, Leute. Schaut gleich den Schwierigkeitsgrad runter. Das ist ja grausam, Mann. Das war's dann mit der Deckung. Ähm. Ah, was machen wir denn? So. Zack. Ja, hier ist halt keine Deckung. So. Zack. Nachgeladen. Jetzt haben wir immer gleich gar keine Muni mehr. Aber das sollte der letzte sein. Leute, schaut euch das an, Mann. 100.000 Gegner. Und ich hab kaum Munition, weil alle, die Munition haben, auf einem Fleck liegen. Ach, Leute, Mann. Der Spiel. Es hat schon so seine coolen Momente. Der ist da drüben. Ich hab keine Ahnung, wo der Gegner eigentlich gerade herkam, der gerade ihm gekommen ist. Aber egal. So. Achso, der hat ja in dem Raum gewartet. Ohne Fenster. Ah. Ah. So. Egal. Hüpfen wir hoch. Da geht's nach oben. So. Leute. Immerhin haben wir hier. Ich hoffe, den furchtbarsten und schwersten Abschnitt des Spiels geschafft. Und nun geht's weiter. So. Zack. Haben wir das gut? Achso. Wartet mal. Hä? Ist die Frage, sollen wir da hin? Lohnt es sich die Kette? Ja, natürlich. Da können wir jetzt da hin nüpfen. So. Okay, Leute. Ich brauch jetzt ein bisschen Gekletterer. Ich hab jetzt keinen Bock mehr zu schießen. Wir sollen fern. Elena hat da mit ihrem blöden Jetski rumfahren, anstatt uns zu helfen. Mein Gott, sie hat eine Raketen, wir haben übrigens Munition. Dann hilft sie uns nicht. So, wir können auch auf diese Blöcke da springen. Ja. So. 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 Ah, Leute. So stelle ich mir das vor. Einfach ein wenig schön geklettert. Ohne irgendwie, dass da was Schlimmes passieren kann. So stelle ich mir das vor. So. Komm, noch ein Stück. Ja, super. Drakey-Boy. Aber wenn ich nicht weiß, ob ich den Sprung schaffe. Wahrscheinlich nicht, aber egal. So. Weil jetzt stecke ich an dem Hebel fest und kann da nicht vorbei. Cool, Leute. Ich würde den Sprung wahrscheinlich schon schaffen, aber... Jetzt kann ich auch nicht mal mit dem Ding interagieren. So. Kannst du dich da hochziehen? Dieser dumme Schalter ist mir im Weg. Ich komme da nicht vorbei. Ja, dann hüpfe ich da jetzt einfach in meinen Tod, oder? Guter Plan. Scheiß drauf. Oh Gott, was... Kannst du nicht mal mal sterben, Drake? So. Ich weiß nicht, was wir gerade tun sollen. Weil... Ne, theoretisch sind wir jetzt eh schon Game of Order. Weil wir die Kette nicht... Obwohl, die Kette braucht man... Ah, cool. Die Kette braucht man da gar nicht. So. Dann... Sollte er... Vielleicht nicht loslassen. Lieber springen. Aber wenn er nicht will... Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Wir können mit dem Ding nicht mehr interagieren. Also wir können die Kette nicht mehr drehen. Achso. Okay. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Alles super. Nehmen alles zurück. So. Wir müssen auf der Seite jetzt hoch. So. Gut. Ich dachte, wir müssen einfach an die Kette springen. Und uns dann auf diese Plattform... Hochseilen. Und wenn der Drake vielleicht noch drei Meter... Äh, nicht drei Meter. Drei Zentimeter weiter springt. Und wir nicht immer in den Tod stürzen würden. Dann... 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 Dann wäre das Spiel viel zu leicht. Dann wäre man viel zu schnell fertig. Und das wollen wir ja nicht. So. Hoch. 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 Weiter. Weiter. Schneller. Höher. Zack. Zack. Ah, Leute. Die... Okay, ich hab's mir alles überlegt. Die springen. Ach. Komm schon, Spiel. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht lustig. Ich hab doch dieses Ding vorbewegt. Ne, mach bloß nicht den Checkpoint zwei Zentimeter weiter, gell? So. Gut. Den dummen Schalter... Mit dem bin ich jetzt fertig. Jetzt schöpfe ich jetzt wieder den Tod. Alter Drake, man. Du, du, du. Du tust mir echt in der Seele weh. Also, ganz ehrlich. Teilweise tust du mir echt in der Seele weh, was du da machst. Ah, so. So, ganz ehrlich, Leute. Ich bin jetzt fünfmal da, wenn ich jetzt da hochgeklettert auf die... Und wollte an die obere Kette springen. Und jedes Mal hat er sich immer festgehalten unten. Äh, an der Plattform. Ja, jetzt. Jetzt, wo er es mal machen hätte sollen. Ne, ne, ne. Da nicht. Da macht er es nicht. Leute. Egal. So. Wir kriegen das schon auch so hin. Zack. Zack. Nach oben. Weiter. Da. Die Distanz, Mann. Mann. Das ist echt immer, dass man wirklich an der Kante sein muss, um da ranzuspringen. So. Vorher habe ich den Sprung nicht geschafft. Warum? Gute Frage. So. Ah, ha, ha. Okay. Das... Das wäre schade. Ich dachte, das wäre jetzt eine sympathische Abschnitt im Spiel. Einfach geradeaus gehen und nichts machen. Das... Das wäre etwas, was für mich wäre. So. Jetzt sind wir oben am Turm, oder? Auf dem wir die ganze Zeit wollten. Und jetzt können wir uns hier abseilen lassen. Super gut. Wuhu. Wuhu. Geh mal weg. Na gut. Jetzt zum Hafen. Hoffentlich ist das Boot noch da. Das Zollhaus. Gut. Dann haben wir es jetzt hier endlich geschafft. Da ist ein Schatz, oder? Juhu. Vielleicht kriegen wir noch 10 Schätze zusammen. Das wäre ganz lustig. Wer? Würde ich mich freuen. Aber wartet nicht zu viel. So. Ach, stimmt. Ja. Wir wollten ja dieses Boot finden. Und dann wollte der Drake damit abhauen. Naja. Er wird schon nicht abhauen. Der wird schon nicht abhauen. So wie ich den Drake hier kenne. Das müssen die Schiffsladungslisten sein. Sie sehen gut erhalten aus. Hey, komm mal her. Das ist es. Die Esperanza. Herkunft Calao Peru. Ladung 800 Goldbahnen. 1200 Silber. Smaragde. Goldmasken. Wow, du liest Spanisch aus dem 16. Jahrhundert? Doch nicht bloß ein Grabräuber, was? Da steht's. Goldstatue. Gewicht 20 Arrobas. Das sind mehr als 500 Pfund. Das muss sie sein. Wow. Sieh mal an. Das Ding sieht unheimlich aus. Ha. Danach kommt nichts mehr. Von jemand Bestimmten? Was? Oh. Ja, das kann man wohl sagen. Hm. Ich dachte eher, du hättest in jedem Hafen eine Braut. Schön wär's. Nein, der ist von... Es ist Francis Drakes Ring. Ich hab ihn quasi geerbt. Sick? Parvis Magna? Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Schau aufs Datum. 29. Januar 1596. Ein Tag nach seinem angeblichen Tod. Und was sind das für Zahlen? Koordinaten. Vor der Küste von Panama. Ach, so hast du also den Sarg entdeckt. Ja, genau. Was Drake uns hinterlassen hat, ist ein Hinweis auf den Ort der Grabstätte. Ein Hinweis an jemand, der klug genug ist. Netter Versuch. Aber wir gehen schnurstracks zum Boot. Tja, ich fürchte mehr als das hier kriegen wir wohl nicht zu sehen von Eldorado. Okay, dann heißt es wohl, runter von der Insel. Und wenn da keine Gegend jetzt mehr kommt, dann sollten wir es ja auch hier geschafft haben, oder? Wir sind doch eher direkt beim Bootshafen. Da ist er! Guter Witz. Alter. Der war voll fasziniert von der Elena. Der schaut nur die Elena an. Und ich stehe dahinter mit der Waffe. Nee, nee, nee. Drake mag ich nicht. Zack. Jump'n'Run King hier. Zack. Was ist mit mir los? Warum tue ich die auf einmal alle mit einem Schlag töten? Muss ich auch nicht verstehen. Au. Au. Tot. Das war kein guter Plan. Einfach da reinzustürmen. Aber egal. Krieg mach's rein. Zack. Mitgenommen. Und weiter. Hoch, hoch, hoch. Okay, diesmal konzentrieren wir uns. Zack. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Vorher haben wir es mit einem Schlüssel bekommen und jetzt. So. Elena, du machst hier schon alle? Wo ist dein Raketenwerfer mit der unbegrenzten Munition? So, komm. Da haben wir ihn. Nachgeladen. Aufpassen, der Raketenwerfer typisch da oben. Er schießt mich durch die Pflanze ab. Find ich ja gar nicht mehr. Wenn hier irgendwo eine vernünftige Deckung wäre. Ach, Drake, man. Drake, du tust mir... Es tut so weh, dir anzuschauen. Alter, Leute. Das ist so grausam, man. Diese... Ey, das ist ein behindertes Level. Ganz ehrlich. Da ist nirgendwo Deckung, wo man sie vernünftig dahinter verstecken kann. Und ich soll mich da verstecken. Ja, das wäre kein Problem, wenn ich gerade von Basukas abgeschossen bin. Und das war ein Headshot, aber egal. Alter, Leute. Das war ein Hals und ein Headshot. Von einem von den beiden müsste er sofort sterben. Aber egal. Wir sind ja hier kein Arzt, gell? Das war daneben geschossen. Das gebe ich zu. So. Dann würde mich jetzt mal ganz interessieren, wie ich da vernünftig hochkomme. Ich soll die Gegner da oben besiegen, die ich nicht sehe. Weil sie sich hinterm Pflanzen verstecken. Ach. Okay. Dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen sollen. So, zack. Hat natürlich keinen getroffen, weil dann ist jemand getroffen. Es ist so furchtbar, man. Ich hielt nun echt null Deckung. Ach, Leute. Das Level-A-K-U begonnen mit dem Jet-Skill und dann wurde es echt furchtbar. Also das vordere Level war da viel besser. Das Level ist echt hier Horror, 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 Horror. Horror, scheiße, Horror. Furchtbar Horror, schwer. War das mal ein Headshot? War das mal ein Headshot? Akzeptierst du das Spiel? Nächster. Nächster. Oh, Headshot, aber egal. Jetzt werde ich von hinten abgeschossen. Aha. Kann die mich da von oben abschießen, oder wie? Ja, aber gerade von hinten habe ich ja einen Hitmarker hier bekommen. Komm schon. Geh aus einer verkackten Deckung raus. Du lebst noch, ich weiß. Oh, Leute, ich glaube es hier nicht. So, dann gehen wir wieder mit Six-Axis dem Müll machen, damit ich meine Granate... Ja, endlich. Dann steht der da oben. Der war noch nicht totes. Bist du tot da oben? Ich weiß es nicht. Ich sehe dich nicht. Natürlich nicht. Bist du tot, Mann? Ey, ich kriege voll... Ich kriege... Alter, Nebenlevel kriege ich echt hier die Krätze gerade. So. Der Raketenwerfer-Typ, Hany. Und der ist verschwunden, oder? Den hat Elena getötet. Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen, Leute. So. Dann schießt du mich gleich ab, oder? Zack. Okay, mich hätte es nicht gewundert, wenn der ein Raketenwerfer hätte und mich einfach hier instant getötet hätte. Das wäre cool gewesen, Leute. Das wäre der Hammer gewesen. Okay. So, die Gegner sind besiegt, die Unfairen. Die sich immer in den Bäumen verstecken, wo ich sie nicht sehe. Und jetzt können wir hier das Tor öffnen. Bitte, Elena. Nimm deinen Raketenwerfer und mach alle fertig. So. Aber es ist mir... Ich finde es auch so gut, dass Elena dabei ist. Im schlimmsten Fall, weil die Gegner einfach alle auf sie laufen. So. Da ist der blöde Typ. Den Raketenwerfer-Typ. Den müssen wir noch ein bisschen... Machen. Und dann würde ich sagen, mach mir nur deinen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es weiter mit der Tarte. Bis dahin. Euer Dein Zimmerfix. Tschüss. Tschüss.